So, nochmal neue Leitern. Äh, Treppen. Genau. Dann vielleicht den Tisch hier hinsetzen. Hm, jetzt gefällt mir das mit dem Tisch aber nicht. Was ist, wenn wir... Das ist, das wird, glaube ich, zu mächtig. Wartet mal. Wir probieren das mal mit dem hier aus. Oh, pff, das ist, das ist auf jeden Fall zu mächtig. Ähm, Steinspitzhacke, da haben wir sie. Ja, mit der Druckplatte ist natürlich auch blöd. Hm. Oder wenn wir jetzt hier noch eine zweite Raum... Nein, da noch nicht. Nee, das ist blöd. Gut, dann lassen wir das lieber in kleinen Formen. Sieht besser aus. Wo haben wir da die... Die Axt. So. Ach, mit der Axt geht das ja jetzt richtig schnell mit den Zaun. Wusste ich gar nicht. Okay. Hm, ne. Dann nehmen wir die hier auch weg. Joa, das sieht wirklich schöner aus. Okay, also das passt. Dann müssen wir schauen, kommt jetzt hier die Treppe hoch? Dass das vielleicht so unser Flur wird. Hier so. Ne, unser Treppenhaus meinte ich. Wir probieren das aus, so. Joa, wäre auf jeden Fall hier noch genügend Platz, genau. Da soll...